Was finden Sie besonders an der Wiesn? Ich finde besonders, dass wir schönes Wetter haben. Die Bayern stehen da offenbar irgendwie, haben die da einen Pakt mit jemandem. Und jetzt freue ich mich einfach, mit meinen Freundinnen da ein bisschen zu quatschen und dann gehe ich wieder heim. Und was ist das Besondere jetzt an der Frauenwiesn? Naja, das ist schon etwas Besonderes. Wir haben ganz klein angefangen. Die Virginia hat angefangen, da war mal ein Tisch voller Frauen und dann waren es zwei, dann waren es drei. Und jetzt sind es eben, die Frauen kommen von überall her. Also es ist einfach einmalig, was sie da schaffen. Toll. Letzte Frage zum Dirndl. Was ist so dieses Jahr richtig in? Sie gelten ja immer noch als Ikone. Also ein Dirndl ist nicht in. Ein Dirndl ist eben ein Original, wenn es möglich wäre, wäre schön. Und es gibt in dem Sinn keine Mode beim Dirndl. Das ist einfach, das ist zum Beispiel zur Münchner Tracht. Die ist halt so und die ändert sich auch nicht. Die ist, wie sie ist. Sehr schön. Vielen Dank. Dankeschön.